Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln verleihen wir diesen Kämpfen speziell an Schulen und Unis die notwendige Aufmerksamkeit. Das ist deutsche Tradition! Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff! Ja, das ist ja noch nicht wieder nach der Tür. Untertitelung des ZDF, 2020 Die bleiben bitte hinterher Die bleiben bitte hinterher Wir haben heute schon Spaß gehabt. Wir haben in Hilfe von befreundeten PolitikerInnen, dass um 13 Uhr der Räumungsbefehl vom Bezirk an die Polizei erteilt wurde. Es gibt einen Anruf von oben. Es gibt einen Anruf von oben. Es gibt einen Anruf von oben. Wir wollen nicht über die Polizei. Wir sind die Freiheit-Fahrer. Eure Student von der University, von der School, vielen, vielen Dank. Aber ihr geht nirgendwo hin. Alter, jedes Mal ist immer andere Geschichte. Wie können wir diesen Leuten vertrauen? Mal eine Minute so und die letzte Minute so. Was geht ihr ab? Warum spielen die mit uns ihr Leben? Wir sind ein Spielball für eure Politik. Korruption. Untersuchungsausschuss sollte es schon geben werden. Das ist Korruption für die Politiker. Und die muss für ihr Scheiß gerade stehen. Ohne dass die Flüchtlinge wie ein Spielball benutzen. Sie sind keine Produkte. Sie sind Menschen. One blood. One love. One heart. Onealled. One wordt. One. Weetern. From because we are one. Ki space. Though, they want to come inside with police force with jobs and everything Before they told us they're not gonna clear. And now they change. Don't trust in them. Politic, politics, democracy, them are crazy. This is colonial system still. Appartite, straight out. Racism, straight out. On the other side, they are selling weapons to Africa every day. And to Asia, to everywhere. They fuck up the whole world. With your fucking dirty politics. We are human beings. We are not a ball to be kicked here and there and there. You people did your shit. And we are here because we protested. And you cannot buy my freedom. You can give me millions. But as long as you don't give me freedom, you have money. I don't need it. It's all about freedom. And freedom of movement is everybody's right. Believe me. Speak together. Solidarity is end. Mushmark is end. Yeah? Please, people, stay there. Because they want to use their force. But you stand up for your right. You want to know what's going on? No. The res� Sun is end. You stand up for your right. And you stand up for your right. Ich bin am Aufmerksamkeit an die hier versammelten Personen im Bereich der Wienerstraße, Ecke Lausersandstraße. Bitte machen Sie den Kreuzungsbereich frei, da es sich hier um einen Fluchtweg handelt. Wir haben hier in Kürze einen Echteinsatz von einem Noteinsatzfahrzeug. Machen Sie die Kreuzung frei. Wenn wir wirklich Sanis sein, fahren über den Bürgerstein. Wenn wir wirklich Sanis sein, fahren über den Bürgerstein. Wir haben hier in Kürze einen Ecke. Wir haben hier in den Kürze einen Allein, wir sind papier! Oh, la, la! Oh, le, le! Solidarität! Allein, wir sind papier! Lala, 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 Lala! Lala, 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 Lala! Lala, 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 L Das war's, das war's, das war's! Das war's, das war's! Das war's, das war's, das war's! Das war's, das war's! Das war's, das war's! Das war's, das war's! 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 Das war's!